Können auch Sie die erschreckenden und dämlichen Schlagzeilen nicht mehr hören und sehen, die täglich auf uns eindrechen? Können auch Sie die schlimmen Bilder der deutschen Massentierhaltung nicht mehr ertragen? Möchten auch Sie keinen Braunkohleabbau mehr vor Ihrem schönen Einfamilienhaus? Verschwinden auch Ihre Socken auf unerklärliche Weise aus Ihrer Waschmaschine? Fürchten auch Sie die Angsträume unserer Stadt? Bedrückt Sie die Überwachung durch die feindlichen und die eigenen Geheimdienste? BND, NSE und wie sie alle heißen? Werden auch Sie von schlimmer Musik verfolgt? Gehen Ihnen die geschniegelten und hartherzigen Businesstypen auf die Nerv? Wissen Sie kaum noch, wie Sie Ihre Kinder vor fiesen, perversen Sittenstrolchen schützen können? Fühlen Sie sich bedroht von Nazis, Pegida, bedroht von islamistischen und Burka-tragenden Terroristinnen? Wissen Sie nicht mehr, wem Sie über den Weg trauen können und wem nicht? Und schließlich fühlen auch Sie sich verarscht von unseren sogenannten demokratischen Politikern, Menschen, die Sie mit allen Ängsten allein lassen. Aus all den Übeln gibt es einen Ausweg. Wir haben die Lösung. Inmitten einer wunderschönen Parklandschaft, in einer der schönsten Gegenden Deutschlands, am Tor zur Eifel liegt es, das All-Inclusive Heile Welt Skunk-Ressort. Glückliche, gute Menschen, die zusammen feiern und gemeinsam durch die Jahreszeiten tanzen. Werde auch du Mitglied unserer fröhlichen Gemeinschaft. Wir nehmen dich herzlich auf. Gemeinsam trinken wir den Wein und brechen das Brot. Und wir lernen wieder, die Bäume zu lieben und eins zu werden mit der Natur. Und wir haben Frau Trotschen-Holle. Bei uns gibt es keine Geldsorgen mehr. Bei uns findest du einen noch besseren. Lebe deine Träume. Bei uns ist alles möglich. 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 Doch wie ist alles möglich. Auch hier spätes